Nachdenkseiten Die kritische Website Bundesregierung – brutaler Bote der Hoffnungslosigkeit Ein Kommentar von Tobias Riegel Etwas hat sich gedreht. Wurden den Bürgern früher noch schamlos blühende Landschaften versprochen, so wird ihnen nun kaltschneuzig angekündigt, dass wir alle ärmer würden. Auch Diplomatie wird nicht mal mehr in blumigen Phrasen gefordert oder als schmückende Folklore genutzt, geschweige denn praktiziert. Eiskalt wird sie als Irrweg dargestellt, Frieden nicht mal mehr als eine ferne Perspektive formuliert. Diese unverblümte Brutalität in der offiziellen Kommunikation ist neu und bedenklich. Wir schaffen das ist passé. Zum einen war es schon immer gemeint im Sinne von Ihr schafft das schon, was wir hier anrichten. Zum anderen ist die Zeit der hoffnungsvollen offiziellen Signale wohl insgesamt vorbei, so durchschaubar und unzutreffend sie schon immer gewesen sein mögen. Verstärkt seit der Corona-Politik nehmen viele Bürger Teile der Kommunikation von Seiten verantwortlicher Politiker und verbündeter Medien geradezu als Schocktherapie von oben wahr. Außerdem galt nicht früher eher die Regel, dass offizielle Stellen Panik vermeiden wollten und dass auch gefährliche Vorgänge möglichst unter Verschluss gehalten werden sollten? Bei Corona wurde das praktisch umgedreht. Eine Panik war erwünscht und sie wurde gezielt geschürt. Die schlimmen und andauernden gesellschaftlichen Folgen dieses Schrittes wurden billigend in Kauf genommen. Neu sind seitdem auch, zumindest in dieser Deutlichkeit, hoffnungslose Ankündigungen wie die von Karl Lauterbach, dass künftig der Ausnahmezustand die Normalität sein wird. Auch mit Ankündigungen wie der des grünen Wirtschaftsministers, dass wir als Folge der eigenen Politik ärmer werden würden, hätten Politiker früher eher hinter dem Berg gehalten. Auch wenn manche so einen Wohlstand des weniger begrüßen und das auch den Mitbürgern, die sowieso schon wenig haben, überhelfen wollen, die große Mehrheit lehnt solche Vorhaben ab. Aber man kann sie in der heutigen Zeit dennoch nicht nur vorantreiben, sondern auch noch vorher groß ankündigen. Wie absurd die Meinungsmache gegen einen auch auf russische Energie beruhenden Wohlstand in Deutschland teils ist, habe ich im Satireartikel »Frieden und Wohlstand waren schreckliche Irrtümer« thematisiert. Ein einziger Abwehrkampf auf einer abschüssigen Bahn nach unten Die militaristische Zeitenwende birgt nicht nur militärische Gefahr, sondern auch die des sozialen Kahlschlags zugunsten der Aufrüstung. Zur Kommunikation, die diese versuchte Zeitenwende begleitet, sowie jene zu Themen wie Klima oder Migration, hat die Tagesschau bereits im Juni ein Interview mit dem Soziologen Hartmut Rosa geführt. Rosa leitet das Max-Weber-Kolleg an der Universität Erfurt und er lehrt an der Universität Jena. Im Interview sagt er etwa zu Waffendieferungen an die Ukraine viele Dinge, bei denen ich ganz anderer Meinung bin. An anderer Stelle stimme ich ihm aber zu. Etwa bei der Diagnose, dass die derzeitige Kommunikation schon jetzt fatale Folgen habe. Er sagt »In der politischen Bildersprache ist die Zukunft heute ein einziger Abwehrkampf auf einer abschüssigen Bahn nach unten. Gegen die Russen, gegen den Klimawandel, gegen den wirtschaftlichen Niedergang, gegen die AfD, gegen die Migration. Das sorgt für Hoffnungslosigkeit und Wut. Rosa fährt fort. Kriege gab es auch schon vor dem Ukraine-Krieg. Nehmen Sie Afghanistan, Irak oder Jugoslawien. Aber trotz Kriegen, Seuchen, Piraterie und Folter lautete in der Vergangenheit die Überzeugung immer »Wir müssen es schaffen, wir können es schaffen und wir werden es schaffen, diese zu überwinden, eine friedlichere und gerechtere Weltordnung zu schaffen.« Mit der Zeitenwende hat Olaf Scholz deutlich auf den Punkt gebracht, dass wir diese Hoffnung aufgeben sollten. »Die Zukunft sei Krieg«, das hat etwas Tiefgreifendes gemacht mit der Bevölkerung. Eine einzige dunkle Wand aus Kriegen, Seuchen und Klimakatastrophen Es soll hier aber keineswegs gefordert werden, dass die Bundesregierung also fortarm positive Botschaften verbreiten soll oder dass die Politik der Regierung eigentlich gut sei, dass sie nur besser dargestellt und verkauft werden müsse. Die Politik der Bundesregierung ist schlecht und gefährlich, das kann auch eine aufwendige Inszenierung nicht kaschieren. Die angeblich bekämpften Krisen wurden durch eigenes Handeln erst zugespitzt. Statt einer besseren PR wird hier, ganz naiv, eine Politik gefordert, die den Bürgern eher dient und sie beschützt. Und zwar Schutz nicht in dem Sinne, wie Verteidigungsminister Pistorius das meint, auch nicht im Sinne einer Stationierung von weitreichenden gegen Russland gerichteten US-Raketen in Deutschland. Denn das ist möglicherweise das Gegenteil von Schutz und unbezahlbar ist die geplante deutsche Aufrüstung noch dazu. Es wird also hier eine Politik gefordert, die Waffenstillstand, Entspannung und Handel fördert und die dann, dieser Politik entsprechend, auch eine positive Meinungsmache nach sich zieht. Wichtig ist auch die gleichzeitige Aufarbeitung der Corona-Politik und die Versicherung, dass die Hoffnung berechtigt ist, dass sich eine auf seriösen Daten beruhende, übergriffige Politik nicht wiederholt. Zu oft wiederholten Behauptungen mancher Politiker oder Journalisten, der aktuelle Unmut gegenüber der Bundesregierung beruhe nur auf Gefühlen, den Leuten gehe es doch eigentlich noch viel zu gut, sagt der Soziologe Rosa. Wenn wir wissen wollen, wie es den Menschen geht, dürfen wir nicht fragen, was sie haben, sondern wohin sie gehen. Menschen nehmen ihr Leben als Bewegung wahr und da gibt es derzeit die Wahrnehmung einer Bewegung auf eine einzige dunkle Wand aus Kriegen, Seuchen und Klimakatastrophen zu. Panisch einerseits, leichtfertig andererseits. Die aktuelle Konfrontation und die vorsätzliche Ausweitung eines Regionalkonfliktes um Donbass und Krim zum internationalen Großkonflikt bergen Potenzial große Gefahren bis hin zum Weltkrieg. Es bildet sich darum ein schriller Kontrast in der offiziellen Kommunikation. Zwischen dem verantwortungslos leichtfertigen Herunterspielen dieser realen Gefahren einerseits und der Härte, mit der andererseits in der offiziellen Kriegsrhetorik und in weiteren apokalyptischen Szenarien gearbeitet wird. Die Härte in der offiziellen Kommunikation hat nichts damit zu tun, dass sich Politiker und Journalisten nun endlich ehrlich machen würden. So wie früher möglicherweise falsche Heilversprechen die Bürger besser funktionieren ließen, so kann auch die heutige Botschaft der Hoffnungslosigkeit Widerstand lähmen. Heilversprechen haben offenbar vorerst ausgedient. Die destruktive Atmosphäre einer tiefen Hoffnungslosigkeit wird vorsätzlich erzeugt. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.